Heftiger Eklat um die Situation des EDK in Regensburg, wo ein Betreiber einen Hilferuf gestartet hat, also an die Politik gerichtet und auch an die Gesellschaft, dass dort Fachkräfte tagtäglich für ca. 500 Euro klauen. Ihr habt richtig gehört. Jetzt ist er bei ihnen gegangen, nachdem er zahlreiche Drohungen bekommen hat und hat jegliches Posting, was mit dieser Situation zusammenhängt, gelöscht. Wir gucken uns die Situation genau an. Moins zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo da lassen. Bald haben wir die 100.000 geknackt. Dann gehe ich euch auch nicht mehr so sehr auf die Nerven damit. Moins zusammen. So, und da sehen wir es. Ich habe ja ein Video dazu gemacht und das Ganze ist nach 5 Stunden bereits bei ca. 50.000 Aufrufen. Also wirklich eine ordentliche Reichweite hat es hier bekommen. Und wir sehen ja hier auch noch das Bild. Zack, wie hier jemand relativ dunkel gekleidet mit zwei vollbetagten Taschen. Hier zahlreiche Leute, die auch zensiert sind. Und gerade so hatte der Mann das nämlich als Bild gepostet, inklusive dieses Postings, was ich hier nur noch bei Annabelle Schunke per Ex gefunden habe. Wir wollen definitiv keine ausländerfeindlichen Inhalte verbreiten, aber es ist nicht mehr ertragbar. Drei Ausrufezeichen. Und genau dieses Posting war bei Facebook vorhanden. Auf der offiziellen Facebook-Seite ist edeka.dez. Das ist so Donau-Einkaufszentrum unten in Regensburg. Man findet nichts mehr dazu. Nix mehr. Nö. Also das, was noch zu haben ist, ist der Gönnergy. Hier dieser Energy Drink von Monte. Grüße gehen raus. Aber ansonsten ist hier nichts mehr festzustellen, dass es dort irgendwelche Probleme mit ca. 500 Euro pro Tag an Diebstählen gibt. Nö. Warum? Weil es gelöscht hat. Weil er Vorwürfe bekommen hat. Weil er massiv bedroht wurde. Das gucken wir uns gleich an. Erst nochmal, um euch alle abzuholen. Was ist da eigentlich Sache? Was ist da passiert? Wir sehen es nämlich hier, dass das Ganze direkt ja so eingeleitet wird. Ich habe nichts gegen Ausländer oder ähnliches. Er ist ja selber ein Ausländer. Das ist ja immer wieder das Witzige in Anführungszeichen. Ich bin selber Kaufmann mit Medikationshintergrund. Ich beschäftige Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern. Habe keine Vorurteile gegenüber Ausländern. Aber nein, heutzutage ist es offensichtlich doch nicht angebracht, wenn man die Missstände, die in diesem Land herrschen, hier anspricht. Und hier waren ja schon ein paar Sachen drin. Er hat aber auch noch, vielleicht war das auch sein Fehler, dass er zusätzlich auch noch ein Bildinterview gegeben hat, was nämlich veröffentlicht wurde, gerade heute hier, 22.12.11.20 Uhr. Zitat, sie kommen aus dem Asylwohnheim, machen sich die Taschen voll. Und genau dieser Vorwurf wurde halt jetzt von dem Herrn Gatzke hier im Bild zu sehen gemacht. Täglich registriert er einen Schaden durch Diebstähle in Höhe von rund 500 Euro. Das übernimmt ja keine Versicherung. Da hast du ja massive finanzielle Einbußen und Probleme in dem Edeka-Markt. Rechnet das doch mal hoch. Das sind im Monat 15.000 Euro. Das ist ja unvorstellbar viel Geld. Seit dem Sommer haben wir täglich Diebstähle von Waren im Wert von durchschnittlich 300 bis 500 Euro. Jeden Tag kommen zu uns schwarz gekleidete Männer, alle aus den Asylwohnheimen in Ringsburg, machen Rucksäcke und Taschen voll, gehen ohne zu bezahlen durch den Eingang wieder raus. Also wirklich unfassbar. Also die machen sich auch nicht sicherlich noch nicht mal so die Mühe, da irgendwie einen großen Mantel oder was anzuziehen oder in die Taschen zu stecken. Nö, die machen die Taschen voll. Diesen Hilferuf teilte der Regensbohrer, Edeka-Marktleiter Konstantin Gatze auf Facebook und er ist verzweifelt. Diebesbanden räumen ihm seinen Laden leer. Und hier sieht man sowas, was jetzt hier ganz genau vorgeworfen wird. Und monatlicher Betrag, das ist ein Schaden von circa bis zu 12.500 Euro pro Monat, je nachdem mit welcher Summe es man rechnet. Ich habe es ja jetzt mit 30 Tagen dann gerechnet, bei 500 pro Tag. Und dann sehen wir hier auch noch, einer steht Schmiere am Ausgang, zwei gehen in den Markt, meist zielgerichtet zu den Tiefkühltruhen. Dort haben wir teurere Waren, etwa Doraden oder Garnelen. Ganz ehrlich, ich kenne es noch nicht mehr, ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt, außer mal Fischstäbchen. Und sie nehmen sich die dort ausliegenden Tiefkühltaschen, packen sie wahllos voll. Die klauen sogar noch die Tüten, das ist ja dreist. Ja gut, macht den Kuchen auch nicht fett. Voll mit Waren und laufen nicht zu den Kassen Richtung Ausgang, sondern geradewegs zurück zum Eingang. Der Komplize aktiviert von außen den Sensor, damit die Schranken sich öffnen und weg sind sie. Das ist unvorstellbar. Meistens geben uns Kunden Bescheid, aber da ist es oft schon zu spät, heißt es hier. Dennoch haben in den vergangenen Wochen immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die dreisten Diebe aufgegriffen. In einem Fall, jetzt kommt es, wurde ein Dieb mit einer Tüte erwischt, in der er Waren im Wert von rund 300 Euro gestopft hatte. Und jetzt kommt es. Der krasse Vorwurf, warum er einen Hilferuf gemacht hat. Das hatten auch manche in die Kommentare geschrieben. Ja, würde das einer von uns machen. Wir würden ja direkt Hausverbot bekommen. Er würde ja gerne Hausverbot geben. Wie soll er das denn machen? Denn die Polizei kommt, nimmt die Anzeige auf, dann dürfen sie wieder gehen. Ich weiß nicht mal, wer die Täter sind. Ich kann nicht mal Hausverbot erteilen. Nein, das ist ja der absolute Wahnsinn, Leute. Auch wenn ich bezweifle, dass diese Kandidaten, die so dreist sind, die sich so verhalten, die sowas machen, dass die dann sagen, oh, nee, da kann ich nicht mehr klauen gehen, da habe ich Hausverbot. Ich gehe jetzt woanders klauen. Das wage ich zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz wäre das doch schon mal ein Signal auch an den Betreiber, den Herrn Gatz, dass es so nicht sein kann, dass es so nicht sein darf. Aber ich denke, der Polizei sind hier wieder mal auch die Hände komplett gebunden, sodass sie hier keine sonderliche Handhabe und Möglichkeiten haben. Ist das nicht absolut irre? Ist das nicht der Wahnsinn, was hier wieder abgeht? Ein Drittel der Tatverdächtigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit und Asylhindergrund, heißt es hier, auffällig sind dabei. Bei den Tätern handelt es sich häufig um Männer aus der Ankereinrichtung, so heißt es wohl, rund drei Kilometer entfernt, Gatz gesagt, er habe seit dem Sommer rund 20 Anzeigen erstattet. Auf Anfrage stetigt die Polizei das auch. Auch die Polizei in Regensburg konnte seit Herbst 23 Häufungen von Ladendiebstählen feststellen. Auffällig ist, dass in circa einem Drittel der Fälle die ermittelten Tatverdächtigen tunesische Staatsangehörigkeit und Asylhintergrund haben. Ist das auffällig oder ist das erwartbar? Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben. Bei Wiederholungstätern sollen die Verfahren priorisiert behandelt werden, um die Täter schnell vor Gericht zu bringen. Sollten Täter mehrfach aufgriffen werden, werde auch untersuchungshaft beantragt. Ja, das ist sinnvoll, dass das mal passiert. Denn was ist die Folge daraus? Die Folge daraus hatte der Herr Gatzke ja ebenfalls auch hier selber gepostet, dass er enorm aufrüsten möchte. Hier zum Beispiel Wachpersonal, weitere Kameras einbauen und so weiter. Aber was ist die Folge daraus? Richtig, es wird nur noch teurer für alle Kunden. Denn guckt euch diese teure Kamera hier an, 360-Grad-Kamera. Hier ein Security-Mitarbeiter, der da von morgens, sobald der Laden geöffnet hat, bis zum Ladenschluss steht und hier aufpasst. Und es wird nicht nur einer sein bei so einer Ladendimension, bei so einer Größe, vielleicht sogar zwei oder gar drei Mitarbeiter, damit man da auch Herr der Lage wird. Und dann ist natürlich die Frage, lassen die sich denn von denen überhaupt aufhalten? Oder nehmen die die überhaupt ernst? Ich wage es mal an der Stelle hier ein bisschen zu bezweifeln. Aber er sagt hier, hier und in anderen Einkaufszentren ist das aber der Normalfall. Mit Cikö und den Mitarbeitern hier gesprochen wurde. Viele Verfahren wurden eingestellt. Das ist das Problem des Systems. Ja, und das ist genau das Problem, was ja immer mehr auch in den Kommentaren von euch geschrieben wurde. Das ist sehr, sehr häufig auch bei euch in der Gegend und so weiter, wieder sowas gesagt und gemacht wird. Es ist schon unfassbar, dass man hier nicht rigoros mit den Regeln des Gesetzes gegen vorgeht. Ich hatte euch gesagt, dass Herr Gatze noch ein Posting ja gemacht hatte, was aber zwischenzeitlich ebenfalls nicht zu finden ist. Er hatte hier der Christina Loro geantwortet. Leider werde ich gerade durch Ultralinke fertig gemacht. Es wurde mir auch schon per Instagram gedroht. Ultrarechte nützen es wiederum für sich. Wiederum, das ist ein falsches Schirm, bin weder rechts noch links. Ich habe nur über die Tatsachen berichtet. Und der Medienrummel wirkt mir auch zu viel. Ich will für meine Mitarbeiter, meine Familie und mich ein ruhiges Weihnachtsfest, darum ein Post gelöscht. Alles, was ich sagen wollte, habe ich gesagt. Und ja, das ist korrekt. Ist das nicht schlimm, dass der Mann hier, Zitat, ich habe nur über die Tatsachen berichtet, nicht mal neutral über diese Tatsachen berichten kann? Die waren das, ist nachweislich durch Polizei festgehalten. Wir wissen das. Und die haben dies und jenes getan. Ich habe es sogar auf Videomaterial festgehalten. Die Kunden weisen darauf hin, etc. Selbst das darf man im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, offensichtlich nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem. Und jetzt schreibt eure Meinung rein. Abo da lassen. Danke, bis zum nächsten. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.